Mein Name ist Susanne Borst, ich bin Filialleiterin bei Bücherpustet in der Gesandtenstraße. Unsere schöne Buchhandlung, die sich über drei Stockwerke erstreckt, bietet eine große Auswahl an Büchern, CDs, DVDs, Kalendern und Geschenken aller Art. Bücherpustet ist ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt und blickt auf eine lange Tradition zurück. Pustet und Regensburg, das gehört einfach zusammen. Bei uns kann man in Ruhe stöbern, sich kompetent beraten lassen oder in unserem Café entspannen. Der Altstadt Siener ist eine tolle Sache. Bei uns können Sie den Altstadt Siener kaufen und natürlich auch einlösen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017